So liebe Leute, welcome back, euer Van Bergen ist ein Mikrofon, ich begrüße euch recht herzlich hier zu unserer ersten Folge, so ein bisschen Scouting-Special nenne ich das Ganze. Wir machen Leistungsscouting, das heißt wir schauen uns die diversen Ligen an, nach einer gespielten Saison und natürlich so ein bisschen aus unserem Amateurbereich, beziehungsweise aus unserer Amateurperspektive, denn wir sind gerade aufgestiegen von der Oberliga in die Regionalliga und natürlich müssen wir unseren Kader umbauen und ja, das ist Anlass genug. Um ein bisschen reinzuschauen, wie die anderen Ligen so gespielt haben und gibt es da vielleicht den ein oder anderen potenziellen Spieler für uns, den wir in unsere Auswahlliste reinnehmen können? Das zeige ich nochmal ganz kurz, um euch abzuholen, wenn ihr vielleicht die letzte Folge verpasst habt. Wir gehen hier in unseren Scouting-Bereich, haben hier eine Scouting-Auswahlliste, wo ich dann Spieler hinzufüge, die mir auffällig sind oder die mir auffallen bei den einzelnen Ligen und deren Leistungsperspektive, beziehungsweise wie haben sie dieses Jahr gespielt. Was das im Detail heißt, zeige ich euch gerne. Wir gehen mal rein, fangen auch sofort an und zwar gehen wir hier über die Gesamtauswahl im Bereich Deutschland. Ich denke mal, das ist unser primäres Einzugsgebiet. Man kann das Ganze natürlich unendlich weiter eskalieren lassen und natürlich auch sich anschauen, wie sieht es im Ausland aus, wie sieht es vielleicht aus in Österreich, in der Schweiz, Holland etc., Dänemark bis hin nach Amerika. Für uns ist, denke ich mal, momentan ganz interessant, einfach mal reinzuschauen, die einzelnen Oberligen. Wir waren beim letzten Mal in Rheinland-Pfalz-Sahr, das ist unsere, und haben kurz mal reingeschnuppert in Baden-Württemberg. Heute würde ich sagen, wir gucken uns mal die Bayern-Liga Nord an. Das ist doch auch einfach mal interessant und hier sind wir sozusagen dann in der Übersicht der gespielten Saison. Und das ist halt ein Riesenvorteil, weil wir hier direkt sehen, wie haben die Spieler abgeschnitten von ihren Noten und wer war eigentlich hier ein starker Performer und finden wir den ein oder anderen Spieler, der eigentlich recht interessant für uns sein kann. Natürlich immer ein bisschen Fokus auf junge Spieler, die tendenziell vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger zu haben sind oder noch besser für uns, deren Verträge auslaufen. Also, lasst uns mal reingehen. Ich würde fast sagen, die zweiten Mannschaften kann man immer so ein bisschen rausnehmen. Oberliga oder Bayern-Liga Nord heißt Aufsteiger ist Eichstätt und Absteiger sind hier Neumarkt, Bayernhof, die Spielvereinigung und SV Donau-Stauf. Also, Notenschnitt, wir schauen mal, was es hier so zu finden gibt. Wie man sieht, eigentlich in der Regel immer in allen Amateur-Ligen sind die älteren, erfahrenen Spieler meistens die besten. Aber hier haben wir einen. Aber ihr seht schon, Ingolstadt, Ingolstadt zweite Mannschaft, 19 Jahre alt. Das wird schwierig sein, so einen Spieler für uns zu verpflichten. Obwohl man sagen muss, okay, schaut mal hier, vertragt nur bis 24, aber von der Füße ist halt ein bisschen schwach auf der Brust. Dafür, dass er schon 26.000 Euro Gehalt bekommt, ist mir das ein bisschen zu wenig. Gute Leistung gebracht, aber da gibt es bessere, gehe ich davon aus. Auch als Torwartspieler, ja, ganz klar. Man kann auch hier noch filtern, kann sagen, nee, schauen wir uns erstmal nur die, Beispiel, nur die Feldspieler an. Aber wir lassen das mal drin. So könnte man eigentlich, wenn man Bedarf hat, noch ein bisschen konkreter rangehen. Wen haben wir denn hier? Eubene Um, 21 Jahre alt, hat einen Notenschnitt von 7,18. Das ist ja alles überragend. Hat eine gute Saison gespielt, ist 1,86, 77 Kilo. Spielt als Rechtsaußen. Das ist eine Figur, die haben wir jetzt schon oft gesehen. Und anscheinend sind das die Mitte einer der stärksten Spieler. Vertrag ist günstig, läuft auch aus. Nicht so schlecht. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, die ganzen Rechtsaußen hinzuzunehmen, weil wir da gar keinen Bedarf haben. Und das würde so ein bisschen unsere Auswahlliste ein bisschen überstrapazieren. Weil das ist eigentlich eine Position, da sind wir schon sehr gut aufgestellt. Hier haben wir Jan Regensburg, Zweite. Die lasse ich auch mal außen vor. Ansonsten haben wir hier, wir können aber trotzdem mal reingucken. Yenik Graf, der Vertrag bis 27, das ist für uns schon nicht mehr bezahlbar. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir da noch? Die 19 hier. Volodymyr Karabara, mein Lieber, aus der Ukraine. 2,5, Vertrag geht noch ein Jahr länger. 3,4, nicht so schlecht, was die Werte angeht. Aber das holt mich jetzt nichts ab, außer die Zielstrebigkeit und wieder Rechtsaußen. Okay, bleibt schwierig zu sehen. Ansonsten, wenn wir jetzt hier drüber keinen finden, können wir einfach mal schauen, wer war dann so der Beste? Wie ist denn der? Wäre der was vielleicht für uns? Der Christian Heinloth, 1,80. Läuft auch aus, der Vertrag. Gehalt wäre machbar für uns. Wieder auf der rechten Seite. Beheimatet, nehme ich mal raus, Manuel Stark in Ältestorf. Ebenfalls, kurzer Vertrag. Grundfitness ist natürlich überragend. 16, das ist schon ein Profi wert. Zielstrebigkeit ein bisschen mau. Mit 31 jetzt auch nicht so schlimm. Spielt stabil und wieder auf der rechten Seite. Ich glaube, ich kann von vornherein fast sagen, dass wir hier die rechte Seite rausnehmen. Aber es könnte ja auch ein Rechtsverteidiger dabei sein. Den bräuchten wir zum Beispiel. Spieler des Spiels, sind das wieder die gleichen Jungs wie da oben? Ja, ist eigentlich überschaubar. Dann sind wir eigentlich nur noch die Torgeschichte. Hier Eric Popp als Stürmer. 2-7, aber bis 26 Vertrag. 95.000 bis 325.000 für uns nicht zu bezahlen. Das ist zu viel des Guten. Leider, leider, leider. Dann haben wir noch Calvin Sengül, hat genauso viele Tore geschossen. Ja, kostet auch Ablöse, hat auch noch zwei Jahre Vertrag. Lasse ich auch mal außen vor. Müssen wir uns mal anschauen, wie die so die nächsten Jahre performen. Ob uns solche Spieler mal wieder über die Statistik laufen. Gut, bei den Torvorlagen ist da noch was mitzunehmen. Aykut, Schewelik, Wolfsteiner habe ich hier schon gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, den Aykut. Das ist mit ihm auf der linken Seite beheimatet. Starker Fuß nur links, 1,79. Vertrag 15, aber auch Ablöse. Und noch zwei Jahre verpflichtet. Das ist auch nichts. Okay, außer Bayern Liga konnten wir jetzt mal keinen mitnehmen. Das ist nicht schlimm, denn wir haben noch eine ganze Menge. Bayern Liga Süd. Da können wir auch mal reinlunsen. Mal gucken, der Sascha Möller. Das sind ja so Highlights, die feiere ich immer tierisch, wenn du so alte Profis hier findest. Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist sogar aufgestiegen mit Landsberg. Ey, nicht schlecht. Hier haben wir noch 18,62. Wer ist runter? Nördlingen und Sonthofen. Ja, Sascha Mölders. Leute, ja, sensationell. Kriegt wirklich in der Oberliga 189.000. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Wie kann man sich das bitte leisten? Aber ihr seht schon, wohin es gehen kann. Ja, der ist 40. Schaut mal bitte seine mentalen Werte an. Brutal. Ja, wenn du sowas natürlich hast, ist das selten klasse. Ja, also geil, geil, geil. Gut, von den Aufsteigern müssen wir uns mal gleich verabschieden. Das wird nichts. Aber hier, ein Moritz Vizorek. Wo hat der denn gespielt? Der ist, ah, den gibt es jetzt. Den gibt es jetzt. Schaut mal, da sind wir doch schon mal dran. Eine super Saison gespielt. Vier Tore, zwei Vorlagen. Bei 13 Einsätzen. Also nur die Hälfte der Liga-Saison im Pokal wurde nur eingewechselt. Und dann hat er in dem Paar Spiel halt wirklich abgeliefert. Das sieht nicht so schlecht aus. Von der Fitness her gefällt mir tierisch, physisch und auch Zielstrebigkeit. Das ist doch einer, den packe ich mir sofort auf meine Auswahlliste. So, unbestimmt. Schön, super. Also Bayern Süd haben wir mal einen gefunden, der Potenzial bringt. Der Simon Geil, finde ich auch ein selten geiler Name, Stürmer mit der Nummer 8. Dann haben wir Vertrag, läuft auch aus. Wow, Abschluss 13, Ballernahme 13. Das sind schon so Jungs, mit denen kannst du arbeiten. Habe gar nicht geschaut, das alte von dem Kollegen eben. Den packe ich auch mal drauf. Moment. Ich muss mal überlegen, gibt es hier keinen schnelleren Knopf, wo ich sofort sagen kann, drauf auf die Liste? Mit Rechtsklick vielleicht? Nee, ich muss tatsächlich anscheinend, wenn ihr Tipps habt, immer her damit auf Auswahlliste. Wir packen ihn drauf. Unbestimmte Zeit. So, jetzt muss ich mal gucken, wie alt war denn der Vizorek? Der war 20. Oh, traumhaft. Traumhaft, traumhaft, traumhaft. Top. So, weiter geht es in der Liste. Notenschnitt. Gehen wir nochmal rein. Dann, auch hier, okay, den Aufsteiger lasse ich mal raus. Mikona, Lenny Mikona, auch gut. 1,94 ist mir ein bisschen schlagselig da auf der linken Seite. 18 hat auch noch Vertrag, ist auch was wert. Das ist für uns nichts. Wutstra von Heimstetten. Ah, guck mal hier, was kann der? Auch wieder ein Stürmer. Viele Stürmer. 1,96. Ist das ein Hühne? Ist das ein Hühne? 27 Einsätze, 12 Tore, 8 Vorlagen. Aha, interessant. Sehr glücklich, aber auch Vertrag und wieder Marktwert. Das ist für uns fast nicht zu stemmen. Oder ich will mich auf solche Leute erstmal nicht fokussieren. Ich gehe ein bisschen weiter. Heimstetten, auch wieder hier. Der Steimel mit 32. Hier haben wir noch einen. Eliad Mutebe, aber 1862. Das wird wahrscheinlich nicht bezahlbar sein. Ja, das ist nicht möglich für uns. Okay, nicht so schlimm. Den Raphael Ott ebenfalls. Daniel Buchs aus Ismaning. 24 Jahre alt. Was ist mit ihm los? Was kann er? Er ist auf der linken Seite beheimatet. Er kann aber auch OM spielen. Ist auch nicht so schlecht. Könnte man für das zentrale Mittelfeld heranziehen. 1,72 sehr klein. Tolle Zielstrebigkeit auf jeden Fall. Die Frage ist mir dann, wenn natürlich hier ein bisschen bei der Physis was fehlt. Holt er das auf mit Technik? Und das sieht für mich schon so aus. Das ist tendenziell alles fast an die Zweistelligkeit. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Technik passen noch. Was halt schade ist. Freistöße wären nicht schlecht, wenn er sowas mitbringen würde. Aber Buchs. Okay. Hat ein bisschen Marktwert. Vertrag läuft aber aus. 31.000 verdient er. Müsste hierbleiben. Ich packe ihn mal drauf. Ich packe ihn mal drauf. Transfer auf Auswahlliste. So. Okay. Aber das ist doch tendenziell das, wohin wir wollen. Was wir uns ein bisschen näher angucken können. Dann haben wir auch einen Kovacevic hier von Garching. 22 Jahre alt. Der Daniel. Gute Saison gespielt. 24 Einsätze. Drei Tore. Vier Vorlagen. Ist zu Hause auf dem rechten Flügel. Als Rechtsverteidiger. Hat leider noch Vertrag. Das macht es jetzt für uns sehr, sehr schwierig. Und dann fehlt Physis. Das ist so ein bisschen. Gebt mir das ein bisschen ab. Das ist ein bisschen wenig. Dafür, dass er halt auch noch Vertrag hat etc. Wieland haben wir da. Wo ist der zu Hause? Im Zentrum. Okay. Ist schon 24. Hat auch ganz gut. Neun Vorlagen aus dem Zentrum heraus. Nicht so schlecht. Passwert. Ist toll. Ansonsten Mental ist auch stabil. Bisschen Zielstrebigkeit fehlt. Das kann man hier als Kritikpunkt ansetzen. Antritt. Brauchst du jetzt im Zentrum jetzt auch nicht so viel. Aber schön wäre es dann doch schon, wenn es ein bisschen zweistellig wäre. Gerade bei Thema Beweglichkeit hätte ich es dann doch gerne ein bisschen höher. Aber Grundfitness ist schon toll, wenn das mitgeht. Packe ich den drauf. Bis 26 Vertrag. Scheiden sich die Geister. Ich packe ihn mal drauf. Das kann nicht schaden. Wie gesagt. Wir wollen auch versuchen, die Liste nicht zu überstrapazieren. Weil wir viele Liegen uns anschauen werden. Da sind wir schon durch. Das sind dann sozusagen schon die letzten Lichter. Aber immer noch gut hier mit einer 7,16. Das musst du erst mal schaffen. So eine Leistung abzurufen. Hier haben wir noch einen 27-Jährigen. Was ist mit ihm? Auf der linken Seite kurz. Oh. Das holt mich ab. Das holt mich immer ab. Zielstrebigkeit mit 27. Wo war er dann? Überall. Augsburg 2 ausgebildet. Bei Kickers Offenbach. Rot-Weiß Erfurt. Augsburg 2. Der hat schon mal einen Profitrainingsplatz gesehen. So kann man es festhalten. Und dann auf der linken Seite haben wir jetzt keinen akuten Bedarf. Zumindest für diese Position. Wir sind ein bisschen bei der Offensiv aufgestellt. Ob das so bleibt mit unserer Formation und Taktik, weiß ich noch nicht. Müssen wir uns anschauen. Aber hier sehen wir Einsätze. Viel eingewechselt. In Klammern stehen immer die Einwechslungen. 9 in der Startelf. Er hat fast alle Spiele gemacht. 7,16 hat er mitgenommen am Ende. Schlüsselspieler. Zufrieden. Ich packe ihn mal drauf. Es ist klar, ich kann mir nicht alle angucken. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Wenn man so ein bisschen den versuchten Fokus rausstellt, dass dir welche durch die Lappen gehen, ist einfach so. Aber das liegt ja so ein bisschen in der Natur der ganzen Sache. Und das macht sehr Spaß. Landesliga finde ich jetzt ein bisschen zu weit niedrig. Je nachdem, ob man es überstrapazieren will. Verbandsliga. Mecklenburg-Vorpommern. Wow. Wow. Verbandsliga. Verbandsliga. Westphalen. Wo haben wir da noch? Haben wir da noch Oberliga? Badische Pokal. Ach Gott, hier wird ja wahnsinnig, was es alles gibt. Lass doch mal gucken. Deutschland. So. Regionalliga. Und hier geht die Oberliga los. So. Und zwar Schleswig-Holstein-Liga. Da waren wir doch gar nicht. Die nehmen wir nochmal mit in der Folge, würde ich sagen. Und dann springen wir in die nächste. Oh. Hier ganz stark. Der Haider SV hat hier alles dominiert. Und auch die Statistiken. Die steigen auf in die Regionalliga. Da brauchen wir jetzt Cabril. Aber Spieler des Spiels vielleicht. Oder Notenschnitt. Gucken wir mal. Wen haben wir da noch so? Da oben rumwurschteln. Da. Maximilian als Stefan. 26. Spieler des Spiels. War er zehnmal. Bei 27 Einsätze. Was ist denn mit ihm los in Flensburg? Ja. Wie geht er denn steil? 26 Jahre. Und dann fragt man sich halt. Ja. Wie kann das sein? Da sind doch gar keine Werte. Aber das ist halt immer das. Was auch ein bisschen das Highlight ist in dem Spiel. Weil er auf rechts außen ist. Blende ich ihn aus. Du weißt manchmal nicht, wie die Jungs performen. Werte sind nicht alles. Ja. Natürlich. Klar. Wenn du deutlich besser bist als der Schnitt der Liga. Dann ist es fast unausweichlich, dass du gut drauf bist. Aber hier und da gibt es ein paar Pärlen. Emanuel Ado. Aber Lübeck 2 ist schwierig. Ich glaube, die spielen in der dritten Liga. Lübeck. Das ist für uns zu hoch. Das kriegt man nicht bezahlt. Obwohl die bei ihm ausläuft. Hat gut gespielt. Ja. Im Zentrum. Der Ado. Oh. Zielstrebigkeit. Wow. 22. Wow. Passen gut. Freistöße. Okay. Flanken gut. Wohin? Der kann ja fast alles hier auch. Der ist schon gut dabei. Entwicklung. Nimm mal rauf. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Hat doch was. Wo haben wir hier gelassen? 7,32 hat der performt in der Liga. Das ist doch nicht schlecht. Adam Mami. Ein Holländer. Ja. Auch wieder zentrales Mittelfeld. Nicht schlecht. Ein paar Verteidiger fehlen mir. Da hätte ich ganz gerne ein bisschen was jetzt. Mal einen Fokus auf die Verteidiger setzen. Oh. Note hier. Sonstige Spiele. 8,2. Er ist ja fast so performt wie unser Krasic. Leider zu teuer. Mit Ablöser arbeiten wir jetzt dieses Jahr noch nicht. Aber er ist interessant. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie es bei ihm weitergeht. Vielleicht rückt er uns nochmal in den Fokus. Tim Möller. Hier haben wir noch ein paar Junge. Max Hauer und Leinweber. Beide gut. Ist da vielleicht ein Verteidiger dabei. Auch wieder ein Stürmer. Tore 6. Vorlagen 2. Das ist wenig. Aber gut. Aber nur 10 Einsätze. Das darf man nicht. Mit 19 Jahren. Vertrag geht noch ein Jahr. Ist irgendwo zwischen 0 und 120.000. Das ist zu teuer. Aber er sieht wirklich gut aus. Ich packe den mal drauf. Was mich einfach interessiert. Max Hauer. Janis Leinweber. Schwierig. Schwierig zu sagen. Ist Torwart. Schleswig-Holstein. Aber es wäre mal was anderes. Aber bis 26.000. Das ist schwierig für uns. Ich gucke jetzt noch ein bisschen. Ansonsten würde ich fast. Oh, hier haben wir noch einen Polen. Ist auch nicht schlecht. 25. Manuel Buzas. Auch wieder ein Keeper mit einer Top-Wertung. Wo spielt der? In Todesfelde. Ach, du heiliger. Auch Vertrag leider festgesetzt. 1,85 nur. Das hat nichts zu heißen. Aber man hat schon einen Vorteil. Wenn man ein bisschen größer ist. Okay. Ich würde fast sagen. Torvorlagen haben wir. Wir wollten ja mal ein bisschen gucken. Ohne Gegentor. Da wollen wir doch mal reinschauen. Da ist er drin, der Buzas. Aber auch der Dicillatis. Wie alt ist er denn? 22. Oh, das ist schon stark. Guck mal, die Füße ist, Leute. Wow. Aber Vertrag bis 26. Ah, Lübeck 2. Alles klar. Das ist dann schade. Und Tim und Tom Oppitz. Der hat gespielt wahrscheinlich. 26 Einsätze. Wahnsinn. Und dessen Vertrag haben sie auch gleich verlängert. Die wollen auch mit den Jungs weitermachen, die hier den Aufstieg vollzogen haben. Wer ist denn der? Jonah Gisela. Wie ist er denn drauf? 26 schon? 17 Tore, 5 Vorlagen. 1,97. Auch so ein Hühner. Wow. Aber Vertrag läuft aus. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber gut, da hat ja unser Mehmet deutlich häufiger getroffen. Obwohl er ja eigentlich kein nomineller Stürmer ist. Das darf man ja doch nicht vergessen. Also wir haben ja eigentlich gar keinen nominellen Stürmer da. Der Marvin Wolf, das ist der Kollege von Haider. Und der Carsten sind mit zwölf Buden in der Saison. Ist doch nicht wirklich viel. Sollen wir uns noch eine reinziehen? Oder ich würde sagen, lasst uns doch beim nächsten Mal weitermachen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Scouting, um es jetzt nicht überzustrapazieren. Ja, es wächst. Es wächst. So langsam. Und so klickern wir uns ein bisschen durch. Natürlich lässt man hier und da was liegen. Also bitte habt Nachsicht. Ja, man hat das nicht zu 100% vollständig und jeden gefunden. Aber ich vergleiche das Ganze immer so ein bisschen wie bei so einem Rollenspiel. Ja, auf der Suche nach dem epischen Schwert von Moria. Irgendwann triffst du mal ein, wo du denkst so, wow. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich hier vollziehe. Wir gucken da mal rein, wie viele Ligen haben wir denn noch? Wir haben jetzt gerade die Oberliga mal angefangen. Wir haben noch die Hamburger, die Bremer, die Niedersachsener. Dann haben wir noch Nordost, Nordost, Staffel Süd, Mittelrhein, Niederrhein, Westfalen, Hessenliga haben wir noch. Und dann, genau, die haben wir. Also wir haben noch ein bisschen was. Ich würde fast sagen, wir können noch locker zwei Folgen machen. Tun wir auch. Schaltet wieder ein bei der nächsten. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Euer Van Bergen.